In diesem Film lernen Sie, wie Sie das angezeigte Zahlenformat für Achsen anpassen. Diesem Diagramm ist zu entnehmen, welche Umsätze die Herren Huber, Meier und Müller zu drei verschiedenen Stichtagen erzielt haben. Im Diagramm möchten Sie Umsatzzahlen und Datumsangaben ein wenig ansprechender darstellen. So geht's. Klicken Sie mit der rechten Maustaste an eine beliebige Stelle der Achse, deren Zahlenformat Sie anpassen möchten, und wählen Sie Achse formatieren. In der passenden Kategorie wählen Sie das gewünschte Zahlenformat. Checking out your name because of one of the three준falls. And damage the